guck mal was die macht um sich fort zu bewegen ist es nicht witzig so eine habe ich auch noch nie gesehen so eine raupe ich habe inzwischen viele gesehen auch so eine mit zwei zöpfe da kann ich auch mal gucken ob ich das video finde aber das ist doch echt krass oder ich habe nur immer eigentlich angst weil hier ist ja die straße wo die leute dann mit ihre hunde dem autokassi gehen wir packen die hunde zu hause ins auto und vor allem ins felden lassen die hunde raus und nach zehn minuten machen die klappe wieder auf und lassen die hunde wieder rein das ist so richtig wie so ein panzer was der da hat sieht mir leider so jetzt gar nicht das ist echt krass die sonne raus damit muss besser sieht jetzt werde ich dann noch beobachten ob der schön über die über die straße kommt auf die andere seite und dann wenn ich werde ich ihn retten so machen wir das ciao